Die Trennung von einem Ehepartner kostet unheimlich viel Nerven. Aber sie kann auch unheimlich viel Geld kosten. Und zwar, wenn man ein oder mehrere von Fehlern macht. Und zwar, damit euch das nicht passiert, schaut euch dieses Video an. Ich sage euch 10 Fehler, die ihr auf keinen Fall machen solltet. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Dr. Corina Seiter In meinem heutigen Video möchte ich euch vor 10 Fehlern warnen, die ihr vor oder nach der Trennung machen könnt und die euch richtig viel Geld kosten. Und zwar, das Erste ist, ihr seid Unterhaltsberechtigter und ihr ändert einfach mal die Steuerklasse auf 4,4. Ihr hattet vorher 3,5 und irgendwer hat euch gesagt, Mensch, mach doch mal 4,4 oder vielleicht hat das auch derjenige, der Unterhalt zahlen muss, euch gesagt. Also ändert ihr auf 4,4 und was passiert dann? Ja, ihr habt zwar mehr Netto, aber der andere, der Unterhalt zahlen muss, hat weniger Netto. Und was passiert? Der Unterhalt berechnet sich auf dem Nettoeinkommen. Also erhaltet ihr weniger Unterhalt. Vorsicht, die Änderung der Steuerklasse kann somit viel Geld kosten. Also fragt lieber vorher einen Anwalt, was ihr tun sollt, bevor ihr eigenmächtig irgendwelche Steuerklassen ändert. Dann ist es so, dass ihr meistens eine Lebensversicherung noch irgendwo habt, wo eine Bezugsberechtigung ist. Und da setzen sich Eheleute immer gemeinsam ein. Also löscht die Bezugsberechtigung des Partners, setzt eure Kinder ein oder sonstige Freunde, Verwandte oder wie auch immer. Denn die Bezugsberechtigung der Lebensversicherung ändert sich nicht durch die Trennung und auch nicht durch die Scheidung später. Also macht nicht den Fehler, dass dann nachher euer Ex-Partner dann noch was bekommt. Bei der Steuererklärung ist es so, die könnt ihr sogar noch zusammen abgeben, wenn ihr in dem Jahr einen Tag noch zusammengelebt habt. Das vergessen viele und manche haben auch so einen Stolz oder so und sagen, ach nee, ich gebe die Liebe alleine ab. Lass das. Ihr verschenkt viel Geld. Dann ist es so, das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, vor der Trennung schon eine Beziehung mit einem neuen Partner anzufangen. Denn dann verwirkt ihr den Anspruch auf Trennungsunterhalt. Das heißt also, wenn ihr aus einer intakten Beziehung ausbricht, dann habt ihr keinen Anspruch mehr auf Trennungsunterhalt. Und damit verschenkt ihr sehr, sehr viel Geld. Also fremdgehen in einer noch intakten Beziehung ist nicht so der beste Rat. Also macht diesen Fehler nicht. Man sollte im Übrigen sowieso nicht fremdgehen, davon mal abgesehen. Erst klare Trennung, dann neuen Partner. Dann ist es so, mit den Kreditraten, da machen auch viele unheimlich Fehler, denn im Trennungsjahr bedienen sie einfach ihre Kredite weiter. Ist ja auch richtig so. Aber was passiert damit? Die Schulden werden weniger. Und damit habt ihr im Zugewinn, habt ihr dann schön eure Schulden minimiert und der Zugewinn steigt. Das heißt, an jedem Cent, den ihr während des Trennungsjahres in die Kreditraten steckt, partizipiert euer Noch-Ehemann oder Noch-Ehefrau schön am Zugewinn quasi. Und jeden Cent, in den ihr da reinsteckt, geht die Hälfte immer gleich postwendend an die andere Seite. Also schön mal mit der Bank reden, ob ihr vielleicht die Kreditraten im Trennungsjahr aussetzt oder vielleicht minimiert. Dann ist es so, dass ihr zum Beispiel auch den Fehler machen könnt, dass ihr zum Beispiel nicht gleich den Trennungsunterhalt einfordert. Ihr müsst also nach der Trennung gleich in dem Monat, müsst ihr den Partner in Verzug setzen. Habt ihr das nicht gemacht, könnt ihr rückwirkend kein Trennungsunterhalt geltend machen. Und das gilt immer für den Monat, in dem die Verzugssetzung erfolgt ist. Also wenn ihr es zum Beispiel noch am 20. eines Monats macht, am 25. reicht das vollkommen aus. Das gilt dann für den ganzen Monat. Macht ihr es aber nicht, ihr könnt es nicht rückwirkend fordern. Manche sagen, ach Mensch, ich warte erstmal nochmal ab, wie er oder sie sich so geben. Nein, nicht erwarten, gleich in Verzug setzen. Ihr müsst es dann ja später nicht gelten machen, aber ihr habt zumindest schon mal einen Zeitpunkt gesetzt. Dann ist es so, dass viele sich vor der Zustellung der Scheidung noch schön teure Möbel kaufen oder die Wohnung noch irgendwie aufpimpen. Ist zwar nett gedacht, aber letztendlich fällt das alles schön in Zugewinn. Das heißt, ihr kauft euch irgendwas Teures und davon kriegt die Hälfte dann euer noch zusammenlebender Ehepartner. Also noch verheirateter Ehepartner, ihr lebt ja nicht mehr zusammen, aber noch verheirateter Ehepartner. Also schön die Finger davon lassen, irgendwas Teures vor der Zustellung der Scheidung anzuschaffen. Nach der Zustellung der Scheidung ist das völlig egal. Vorher schön drauf aufpassen. Dann ist noch ganz schlimm, also da kann ich immer nur den Kopf drauf schütteln, wenn Mandanten zu mir kommen und sagen, ich habe gerade auf meine Rechte verzichtet. Ich habe gerade auf Trennungsunterhalt verzichtet. Ich habe gerade auf Kindesunterhalt verzichtet. Also auf Kindesunterhalt kann man schon per Gesetz gar nicht verzichten. Aber wenn man schriftlich auf Trennungsunterhalt verzichtet hat und das auch noch wirksam, dann kriegt man Ärger mit den Sozialbehörden. Denn es kann ja sein, dass man in die Sozialhilfe reinfällt. Und wenn man verzichtet hat, dann zahlen die nicht unbedingt. Also achtet da unbedingt drauf, bevor ihr auf was verzichtet. Fragt lieber einen Anwalt. Macht das bloß nicht ohne Anwalt. Oder viele wollen auch, um dem anderen Ehepartner dann irgendwie zu gefallen, verzichten auf Zugewinn, nachehelichen Unterhalt. Finger weg. Ihr könnt diese Konsequenzen überhaupt nicht abschätzen. Fragt uns lieber, bevor ihr so etwas tut. Denn das könnt ihr nicht mehr rückgängig machen. Schlecht ist auch noch, wenn ihr wirklich den Anwalt nicht direkt nach der Trennung einschaltet. Also wartet doch nicht ein Jahr. Warum wollt ihr warten? Warum fragt ihr nicht erst? Macht ein Beratungsgespräch. Macht es doch nicht, wenn es zu spät ist. Wir können auch nicht mehr viel retten. Sondern kommt direkt zu uns. Wir beraten euch über eure Rechte. Dann seid ihr erstmal beruhigt. Und dann kann man das ja noch regeln, was ihr regeln wollt. Aber macht es doch nicht zum Schluss, kurz vor der Scheidung. Dann ist es meistens schon zu spät. Und der aller, aller dümmste Fehler ist, einen Vergleich abzuschließen mit einer Einmalauszahlung. Die Steuerlast, die könnt ihr auch überhaupt nicht absehen. Unterschreibt nicht immer irgendwas, nur weil ihr meint, das ist jetzt mal gerade klug. Fragt auch da vorher uns. Und gerade wir als Steuerexperten können euch das auch noch ausrechnen, ob das sinnvoll ist. Denn eine Einmalzahlung, die wird schön als Einkommen angesehen und haut euch richtig zu einer richtigen Steuerzahlung rein. Und das Geld könnt ihr besser für was anderes ausgeben. So, das waren die zehn dümmsten Fehler, die ihr auf keinen Fall machen solltet. Wendet euch gerne an uns. Und wie ich schon in Tipp 9 gesagt habe, kommt rechtzeitig zu uns. Tschüss, bis zum nächsten Video.